Ah ja, das sieht aus sehr wie der Ähm, jetzt Fokus Dreck Ja, okay Ja, versuch Jetzt komm Wir brauchen noch krank, ich glaub ja Gut Ja, ja Oh Ach, das steht doch genau hier Ach ja. Super. Lester, ne? Gute Ball. Hast du was hast du? Jawoll, komm! Ja! Komm die Jungs! Jetzt geht es um Klaus. Kurze Frage, dann müsste ich irgendwelches Spielschutz in der Halbzeit machen. Dann ist doch alles gespeichert. Ruhig bleiben. Oh, jetzt wollen wir. Ja, 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 ja! Let's go! Let's go! Luka, einmal direkt eine X-Fast, perfekt rein. Sauber. Luka, das hast du gefühlt, offensiver als das ganze Spiel über. Jetzt hinten gut stehen. Drei hier gang, drei hier gang, drei hier. Benji mit hinten rein. Martin, vorne kurz. Bülfel, sehr gut. Ist gut. Arnie bleibt warm. Äh, links. Die 19, jemand, die 19, die ist riesig. 21 hit, Toffi hitten. Hill Toffi, die beiden in der Mitte. Benji den. Ich stotzen. Nice. Stauert, Becci. Silver. Egal, 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 egal. Das ist aus dem Fallschuss. Die AVs höher der Dreierkette. Ja. Genau. Und jetzt ganz lang. Ich gehe nur auf den zweiten Ball als Einziger und die beiden vorne. Zutaten. Klaus. Ja, das heißt, keiner soll was. Was, was, was? Nah, kein Lass. Das ist das Update. Wenn man hier kommt. Ja, das ist das. Jetzt kommt, Marle. Ja, das heißt. Ja, das ist das. Ja. Nee, der Sieger, FTC. Danke für den Herbst.